Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin, Berlin, also ob wir nach Berlin fahren, weiß ich nicht, aber ich fahre auf jeden Fall nach Berlin und zwar spiele ich in den Wühlmäusen, wann? 14.15. Was? Bitte? 14.15. Februar bin ich in Berlin, im Theater die Wühlmäuse und wäre schön, wenn noch mehr nach Berlin fahren oder wer schon in Berlin ist, der muss nicht mehr fahren, der ist ja schon da, ne? Also, wir sehen uns dann. Tschüss!